Hallo ihr Lieben, seit gestern Abend sind wir in Griechenland auf Kofu gelandet und ja, in Wien hat sich auch Ströme geschüttet. Hier haben wir zum Glück schöneres Wetter. Es waren heute kurz dunkle Wolken da, aber jetzt ist strahlender Sonnenschein und wir liegen am Pool. Und ja, ab morgen haben wir ein Mietauto und dann sehen wir uns auch die Insel genauer an und dabei nehme ich euch natürlich mit. So, das ist der Eingang, dann haben wir hier unsere Schullecke, dann geht es weiter im Vorraum, da ist unser Kleiderkasten, der sehr voll ist, als würden wir ausreißen. Das Badezimmer, da ist die Badewanne, da ist noch eine Dusche und das Klo, dann weiter in den Schlafraum, das sind die Betten, da ein Fernseher, so ein Schreibtisch, so ein Regal, dann gibt es noch so ein Raum zum Sitzen. Und dann haben wir noch einen Balkon. So, das ist unser Balkon. So, das ist unser Balkon. So, das ist unser Balkon. Musik 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 progress muss Musik Musik ли Musik Untertitelung des ZDF, 2020